Hallo und herzlich willkommen zu Skywys Minecraft Survival Folge 577. Jetzt sogar am Anfang mit dem Mikrofon, wenn ich das richtig sehe. Ah, da sind wir am Schwimmen getrocknen. Warte, einen brauche ich zum bauen. Nehmen wir den hier. So. Hm, ich könnte einfach anfangen abzubauen. Ah, äh, warte ich schnell schlafen. Natürlich auch. Dann brauchen wir nicht mehr. Ah, ich glaube ich bin. Ah, ich bin ein Topperglobe. Ah, ich bin ein Topperglobe. Das brauchen wir auch nicht mehr. Don't need this. So. Das brauchen wir vielleicht noch viel mehr. Essen vielleicht noch etwas. Hm, das Peck könnte man auch mal mitnehmen. Ich bin ein Topperglobe. 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 Nö. Ich mache das so. Ups. Nein, nicht ganz so. Ich bin ein Topperglobe. Ich bin ein Topperglobe. Ich bin ein Topperglobe. So. Ich habe einen Topperglobe. Hm. Ja so für dich mit? Nein natürlich. Nein. Hah! So, fertig, auspatscht, da. So, jetzt ist er noch zurück. Ja, der hält. Okay. 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 Ja, kankerbaden. Kankerbaden. So, jetzt habe ich immer meine Schwimmnone, die Sicht noch in einem Raum, irgendwo. Okay, die treten natürlich wieder. Es ist da so dunkel. So. Licht. Wir brauchen mehr Licht. Wir brauchen mehr Licht. So. 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 Gut, die habe ich auch gerade wegnehmen, weil wir schon dran sind. Gut, die habe ich auch gerade wegnehmen. Tropf, ja tatsächlich, ist gerade Wasser oben dran. Gut, die habe ich auch gerade wegnehmen. Oh, okay. 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 So, was röpe da? So. Du hast überall Wasser, hm? Ja, so tropft es überall. Mhm, 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 mhm. Ah, weil mein Vorhaben braucht man gar keine Schwimm. Haha. Ahem, habe ich ein Spritz gemerkt. Ich bin auch schlafen. Kein Monster in der Nähe. So. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Hm. Uh-huh. Okay. 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 Ja, der hält. Okay. So. Ah, das ist der Eingang. Okay, da lassen wir mal noch. Der müsste doch da hinten, theoretisch auch noch ein Raum sein. Okay, ne? Gibt es noch Wasser? Genau sowas. Ah, das ist der Eingang. Ja, genau. Ah, das ist der Eingang. Müsst es da auf der anderen Seite weiter gehen. Aber jetzt weiss ich gar nicht. Haha. Ja. Mhm. Okay. Na gut. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so, das ist nicht so ganz, echt so. Ach so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, egal, da sind wir auch schon in dem Ksihe, schon langer. Nice. Ups. Oh, hä? Aha, ist gerade der Ding oben dran, ok, mache ich es trotzdem zu. Okay. 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 Ich könnte wieder ein wenig Schwimmen trocknen gehen, ich weiss nicht ob es noch Wasser hat. So trocknen, eigentlich habe ich noch auf einen Schwimmraum geholt. Ups. Ich müsste von oben nach unten ab, aber nicht von unten hoch. Eigentlich, das haben wir das letzte Mal gemacht. Ich möchte von oben nach unten ab, aber nicht von oben nach unten ab. Oh, da gehts raus. Licht. Also brauchen wir von oben nach unten ab. Ich glaube sie ist hier geschlafen. So, da sind wir. Hier tropft es. Ja. 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 Nächste Stufe. Da tropft es da unten. Ja. Ich glaube es nicht. So würde ich sagen, ich müsste es hier tropfen. Hier meine ich. Hier in diesem Bereich. Ja. Es tropft. So. Ja. So. So. Jetzt kommen eigentlich die hier dran, da kommen die eigentlich. Dann machen wir hier die Treppen hoch, würde ich sagen. Von hier, dann können wir das hier aber alles abbauen. Okay, äh, da, 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 gut. Sollten wir noch schauen, wo man durchläuft? Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Ja, so ist es gut. Ah, warte, diese Höhe haben wir noch nicht ganz da. Ah, da sind wir schon doch mal auf. Gut, das ist ja. Neue. Gut, das ist ja. Neue. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. Da geht es ja noch weiter. Das kann man sicher auch noch mitnehmen. Da geht es glaube ich raus. Da tropft auch, das ist gut. Da hätten wir den Ding erfasst. Die Wände. Da ist noch nicht so gut. Jetzt geht es ja hier noch weiter. Da geht es noch weiter. So, he? Das ist der Ousseko. Schön. Das war's. Oh, ist das heißer Starkerli? Ja. Okay. Glück gehabt. Äh, wir waren ja hier. Oopsie I don't know Ah So dann würde ich sagen ist die folge beendet und wir sehen uns in der nächsten und tschüss zusammen